ja liebe leute herzlich willkommen zurück zur let's play need for speed unbound wir machen heute weiter mit dem start in die woche 2 bzw wir sind ja dran wir haben jetzt eine fahrzeug ein a plus fahrzeug 1s und 1s plus brauchen wir also ein plus auto sehen wir hier gerade das baue ich mir noch auf den der kura dann brauchen wir noch ein fahrzeug mit s und 1s plus mit hama den eclipse mit plus wissen wir noch nicht erst der ist bloß machen wir starten wir ein wir haben jetzt 4.900 und noch was haben konnte was wir hier noch so haben die stadtgrenzen können wir machen dazu müssen wir ein a plus haben schwere acht auch da ist nix großes geld 10.000 takeover damit haben wir jetzt mal in der kura ich will nicht gerade was machen was einfach machen die ganze stadt lang gelegen die ganze stadt lang und wenn doch dies nicht die kommentare ok können wir mal nicht genug tun na super unsere werkstatt ja nicht schlagen nicht wahr ja verdammt gut mach weiter so mit deiner arbeit und denkt dran erst klatschen dann auf motzen geht klar weiter jetzt wird ihr blaues wunder erleben bis dahin kiddo eigentlich war jetzt nicht nur gedacht der dann gedacht dass wir kommt dass wir kommt sagen also die kommt an der back an ja herzlich willkommen wie gesagt zurück zu let's plan die fast wieder anbau und wir machen heute weiter und wir wollen heute eigentlich mehr oder weniger noch ein paar rennen fahren aber das können wir jetzt gar nicht machen alle einheiten verstärkung unterwegs eigentlich war jetzt hallo so jetzt hoffe ich dass die beiden jetzt natürlich nicht mehr noch auf die sinke gehen nö tun sie nicht nein ja liebe leute ich muss euch ein bisschen was erklären warum die for speed neues intro und alles hat ganz einfach mein schneiderlaptop ist abgeraucht das heißt er ist durch die stadt hat nicht mehr ist aber jetzt toi 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 dank der funktion mit dem ähm ähm und dass ich das alles auf der playstation bearbeiten kann ist das natürlich jetzt erstmal nicht schlimm ich hoffe dass ich vielleicht die daten gerettet bekomme weil ich hab noch einen zweiten laptop äh ich hab ja mein gaming pc noch fertig der übernimmt jetzt erstmal zumindest das hochladen so event wir haben einige events hier aber wir starten jetzt erstmal mit der stadt so wir werden auf obi oder beziehungsweise werden 36.800 brauchen wir so 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 ich glaube wir haben sogar schon die punkte so und damit haben wir sogar schon damit immer schon mal führend da so 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 und zwar pipifax mit ohne probleme diesen diese punkte gold die schwere ohne probleme 41.000 wir haben sogar die nebenwette gewonnen wir haben jetzt ein heiratwagen als gegner hatte ärger mit den cops und musste meinen wagen zurücklassen kannst du schnell kommen klar So, das Tweeter hat freigeschaltet, aber viele Kopf sind unterwegs, na gut, wir sind jetzt auf Stufe 3. Nein, 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 das halte ich für ein Gerücht. Gut. Scheiße! Die halten nicht an, ich brauche Unterstützung. Den Kopf wollte ich ja dringen. Zielperson sitzt am Steuer eines Acura. Zentrale hier, Zielfahrzeug wurde bei University Central gesehen. Zielperson hat gerade die Straße verlassen. Ja, das ist das Problem gerade, ich wollte jetzt eigentlich meine Ruhe haben. Ähm. Ja. 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 Bis kommt's. Ich wurde abgeschüttelt, mein Dreck. Zielperson bei University Central untergetaucht. Ich breche ab, Zentrale. Ja. 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 Ich glaube ich sehe die Kabe. ist das wieder falsch jetzt unten ich hab das war jetzt ein event scheiße ich habe mich jetzt raus ach man hat sich erledigt ich glaube nicht dass ich die noch schaffe oder doch vielleicht ja mann weil die dreckskopf zu mir auf den senkel gegangen sind ja ist egal ist ja mal ich jetzt leider ein bisschen ja ja da muss ich noch verpasst ja dankeschön ich sehe zwei die dreckskopf zu mir noch meine zurück zum aber zurück zum links ich habe mich besser jetzt weg so dem ist einfach dass ich die jetzt natürlich schön auf der bach an der backe habe ich habe natürlich jetzt ein vorteil dass ich hier ein bisschen sie weg bin wieder hallo jetzt ist der kopf jetzt erscheint koppelmann von jetzt ist er weg ok so schade ist ja noch wie sie verpasst haben ja machen wir so wenn wir mal kurz die links zurück nehmen die kohle mit die bürgermeisterin fordert dass die bullen bei den rennen härter durchgreifen das ist verfassungswidrig das ist es das verstößt gegen einen dieser zusatzartikel gegen welchen das recht sehr du magst doch herausforderungen speedy oder hab hier eine es geht um kopf an kopf rennen eine gute gelegenheit und viel kohle abzugreifen na plus haben wir nicht verlierst du alles also ganz leicht so jetzt mal 6000 hier hat man gar nichts haben wir was haben wir für ab plus aber nur den der ding ist oder ist der eklips hat ja der einzige der ist ja ist wie das ist das problem er hat auch ein bisschen bums ne überlege gerade ob ich nicht einfach den beiden nehmen hier die sind schicke das dual fahrer gefahrt das duell nächsten folge ich immer den wenn man das ist wie ausprobiert ja ob der bisher was kann was geht was läuft das video von deiner auseinandersetzung mit jess nach der ersten qualifikation das läuft ernsthaft heute solltest mal meine nachrichten lesen alle feiern dich weil du sie herausgefordert hast lasst ihr das nur nicht zu kopf steigen okay ja ich versuch's gut du gehörst hinter das steuer nicht auf irgendeine verdammte bühne merkt ihr das so okay wir machen mal einen kleinen break und in der nächsten folge gucken wir uns das duell an bis dahin tschüss